Hallo Moin Moin, ja hier ist wieder euer Alpi, der euch jetzt wieder überraschen möchte mit einem neuen Objekt hier und zwar hier haben wir da heute die Muscheln und dementsprechend möchte ich euch dann hier so gesehen mal zeigen wie einfach und schlecht diese Muscheln zuzubereiten sind ohne viel Tüdelüt und damit möchte ich euch mal sagen jetzt hier mal den Werdegang hier mal mit euch zusammen hier verbringen. So als erstes wie gesagt im Hals natürlich muss man die Muscheln erst besorgen das ist vollkommen klar und danach wie gesagt im Hals wie man es jetzt hier sieht haben wir sie jetzt hier schon ins Wasser rein getan damit die muss sagen so wie sehen wir noch mal schön das schwimmen lernen hier und somit hier auch dann hier einen größeren Topf da ist auch ein Deckel zu der Deckel der kommt man hier drauf das heißt also wie man jetzt hier sieht ist hier nichts drin kein Wasser kein gar nichts gehört auch kein Wasser rein und jetzt gehen wir dabei und nehmen die Muscheln und tun sie quasi ohne Wasser hier ganz einfach in den Topf hinein schön ablecken lassen ja wie man sieht sind auch noch wirklich dabei die sind verliebt hier nicht die machen auch gerade ein bisschen hier nicht so wie gesagt die wollen noch was aber wie gesagt das verhändere ich hier in dem ich bin das ist ziemlich hart das Zeug ne so jetzt habe ich ihnen das geklaut ich habe gesagt hier wird nicht mehr gefahrt ne aus dem einfachen Grunde findet hier eine Trennung statt so und da haben wir noch wieder welche die wir dazu haben bis die alle dann hier drüben sitzen ist das für mich nicht ganz so einfach aber andersrum wie gesagt guck mal hier ne hier haben wir eine die ich will ganz kurz noch was sagen hallo ne hallo Leute sagen die ist ein bisschen geöffnet hier aber wie gesagt eben halt die werden nachher so gesehen hier ne da kann man sehen wie die arbeitet jetzt kommen dann auch noch dabei ja hier sind noch mehrere hier die muss sagen jetzt kommuniziert haben da ne auch da ist sozusagen etwas hier ist offen ich muss immer aufpassen dass man da keinen Fingern zwischen halt wenn die nicht zu klappen dann wie gesagt die haben sehr viel kraft so auch diese hier zum beispiel ne ich will noch mal ganz kurz an hallo sagen aber wie gesagt so und das hier nochmal zwei kleine die wir hier rein haben und wie man jetzt hier sieht haben wir jetzt hier alle hier drin und dementsprechend habe ich hier ein bisschen trocken gemacht hier drum herum und nehme jetzt den Deckel so also mehr braucht man erstmal nichts zu tun nach dem Motto Kaffee zu Affe tot und dementsprechend drehe ich jetzt hier also quasi auf sieben danach wie gesagt im halben Demo es gleich wieder wenn der Topf jetzt hier durchgegart ist und die Muscheln sich geöffnet haben und mal ganz kurz mal rein duschen hier aha sieht ja schon ganz lustig aus müssen wir mal andere Lampe installieren hier so jetzt werde ich also quasi erstmal den Herd hier ausmachen die Muscheln haben sich eine Richtung alle geöffnet und jetzt werden sie abgegossen das heißt also das überschüssige Wasser was wir jetzt hier in der Muschel hatten wird also quasi jetzt hier abgekippt Deckel runter so wie man jetzt hier sehen kann haben die sich alle geöffnet und jetzt machen wir mal Sprung und gehen dorthin wo sie jetzt gleich verspeist wird so da bin ich jetzt und jetzt zeige ich euch wie man äh quasi eine Muschel hat und dann mal sagen jetzt hier ist und zwar hier muss man gucken ja auch die hier da hier unten da bin ich mit der Muschel wenn ich mich auf das heißt euisiach das ist ja ich 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 so ihr werdet euch natürlich fragen warum die so gegessen werden ich sage euch das dieses aroma was jetzt in der muschel drin ist hier wird also quasi unverfälscht zu einem genommen und dient der humone liebes glück und so weiter muscheln machen glücklich jetzt kannst du das ding jetzt auch erstmal aufmachen ich bin gleich am ende mit meiner muschel esserei hier das heißt ich habe jetzt noch die letzten und das ist jetzt wie gesagt der letzte ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe ihr wollt euch auch mal ein paar probiert es aus also wie gesagt einfacher geht es nicht und wie gesagt das aroma liegt auf der zunge es wird euch gefallen ohne schicke miki irgendetwas aufzubereiten aus den meeresfrüchten und sage winke winke bis zum nächsten mal euer alfi